Fantastisch! Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, das Spiel ist ein Action-RPG-Spiel, es gibt wieder einen Bonus-Code, wir sehen das jetzt schon oben bei mir, ich muss gucken, dass ich das gescheit sehe durch die Brille, 764.000 Gold, das liegt daran, dass ich schon den Code eingegeben habe, ich blende das allerdings jetzt nochmal ein, wo ihr den eingeben könnt, an der Seite ist ein grüner Knopf bei euch, da steht Chef, und da könnt ihr dann den Code eingeben, und dann bekommt ihr 500.000 Gold, und das ist dann nämlich hier im Postfach drin, müsst ihr vielleicht mal Aktualisieren drücken, wenn es nicht sofort da ist, hier oben auf Aktualisieren, und dann, ja, bekommt ihr das, es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann, auf jeden Fall, und ich werde das Spiel natürlich auch voreingenommen, ich habe es eben schon mal gespielt, ich möchte es natürlich auch möglichst fair, kritisch vielleicht, aber wirklich, ja, wir werden dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben, und es gibt wirklich viele Features hier, ich werde es jetzt im Endeffekt, ich habe es noch auf meinem Bildschirm noch offen, Dungeons, Kampfarena, Halle der Helden, es gibt eine Gilde und so weiter, über 20 Millionen Spieler, sieht ja schon mal nicht schlecht aus, und, ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal die Sachen hier, erstmal holen uns jetzt die Sachen, so, Leute, wir haben schon, wir haben über, wir haben über eine Million Gold, was, was ist denn hier los, wie gesagt, Download links in der Beschreibung, und ihr könnt euch das dann runterladen, und auf jeden Fall mal eine Bewertung schreiben in dem jeweiligen App Store, nämlich entweder bei Google Play oder bei, bei IOS, Okay, ich würde aber sagen, Abenteuer, Hot, Hot Time, ich habe es ja schon ein bisschen gespielt, ähm, du hast Helden, die kannst du auf jeden Fall auch ausrüsten, was ja relativ cool ist, das ist mein Team, Auto, Auto würde jetzt absolut nichts ändern, ich habe drei meinen Schleim drin und zwei von meinen Heldinnen, ach, jetzt wird's, ich habe es eben verloren, ich habe eben bei dieser Stufe verloren, ich hoffe mal, das wird diesmal nicht wieder passieren, das wäre ein bisschen ärgerlich, Komm, Kamera kannst du ändern, ist auch ganz cool, und ich muss auf jeden Fall die, die Fähigkeiten einsetzen, Passiv und Aktiv hast du nur noch eine Spezialfähigkeit, Oh, bitte, Ey, die sind schon wieder kurz vor knapp, Also gibt's, ich habe schon wieder verloren, glaube ich, Ja, Das ist richtig, Du kannst deine Helden entwickeln, benutze Monstereinheiten für Schnellzeltmerksamkeit, das machen wir nämlich jetzt mal eben, Und zwar sie hier, Es wurde keine Materialeinheit ausgewählt, Wähle eine Einheit, die als Material benutzt werden soll, Ich habe nichts, Ich habe leider nichts da, wir machen das, wir machen das, Warte mal, kann ich denn, kann ich denn, was kann ich denn sonst noch machen, Aufstieg, Komm, drück, drück drauf, aber wir werden das Spiel natürlich jetzt Stück für Stück auch so ein bisschen aufrollen, Gilde kann ich leider nicht machen, Weil ich da einfach noch nicht, äh, stark genug bin, Okay, wir machen erst mal ein Quest, Wir machen erst mal ein Quest, Ah, kann die auch noch nicht machen, Ah, ja, 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 Gegenstände können wir benutzen, Ah, das habe ich nämlich eben gewonnen, So, den nehmen wir nämlich jetzt, Und nehmen wir, rüsten den nämlich jetzt aus, Wobei, was kann ich denn sonst noch machen, Ah, habe ich schon die Wolfs, Warte mal, das war, das war die Wolfs, Was ist hiermit, Ah, schwierig, Das ist schwierig, sich da zu entscheiden, Wir verkaufen erstmal jetzt ein paar Güter noch, Und dann lasst mich auf jeden Fall euch gleich noch erzählen, Was es sonst noch so alles hier cool ist, Gibt, was ist hier denn, Oh, das benutzen wir mal, Rare Hero Selection Ticket, Gucken, was da jetzt rauskommt, Bin ich mal gespannt, Ein Held, Oh, Rare Plus, Rare Kreuz, Kämpfer Djinn, Das ist nicht schlecht, Wir nehmen das jetzt nochmal, In der Hoffnung, Dass wir es nochmal hinbekommen, Dass wir nochmal was cooles kriegen, Denn wir brauchen unbedingt stärkere Helden, Ich kann nochmal ein bisschen wechseln hier, Moment, Wo ist denn der Knopf, Moment, Ah, warte mal, Er tut sie gerade, Ich muss auch mein Handy, Ich muss auch mein Handy wechseln, Moment, 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 Das passt glaube ich ganz gut, Das passt, Die Bombe passt ganz gut, Okay, Wir haben jetzt Kämpfer bekommen, Was auch ganz cool ist, Du kannst auch immer wieder, Auf jeden Fall neue Helden ziehen, Ich muss nur mal eben gucken, wo das ging. Es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele Sachen, die du hier machen kannst. Ich würde aber sagen, wir versuchen uns jetzt erstmal in dem Turm. In dem Versuchsturm Stufe 3. Ich glaube, das ist damit eine ganz gute Chance. Warten wir, Team. So, jetzt holen wir uns mal die Starken rein. Jetzt holen wir uns mal wirklich die starken Helden mit rein. Die starken Kämpfer mit rein. So, ihn hier. Warte mal, erstmal den raus. Den raus, den raus. So, rein mit dir. Rein mit dir. Okay, jetzt haben wir alles. Das Team war eben zu schlecht. Das ist nämlich auch so eine Sache. Das Team war eben zu schlecht. Ich sehe auch gerade jetzt aktuell in dem Google-Store-Torchall 124 Leute haben es bewertet mit 3,7 Sternen. Aber auch 5, also 73 mal 5 Sterne. Also das ist oftmals ja so das Problem in den Stores, dass die Leute dann einfach sagen, ja, das ist irgendwie, bei mir ist das Spiel abgestürzt, ich gebe mir direkt 0 Sterne oder so. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd oder 1 Stern halt. So. Wir haben jetzt was bekommen, einen Erholungstrank. Ey, ich will jetzt aber nochmal, ich will nochmal kämpfen jetzt. Ich will nochmal kämpfen. Das Spiel ist auch wirklich ein bisschen komplexer, muss man wirklich sagen. Ich habe es ja, wie gesagt, schon ein bisschen angespielt. Aber immer noch natürlich die Bitte an euch, bewertet das Spiel, ladet es euch runter, der Daumen-Denk ist hier drunter in der Beschreibung. Ladet es euch auf jeden Fall mal runter und bewertet es mal fair und ehrlich natürlich. So, wir gucken jetzt mal eben nach. Kamera wechseln, soll man mal Kamera wechseln. Aber das sieht cool aus. Von hier sieht es echt cool aus. Ich möchte aber noch... Oh, Spezial, Spezial, Spezial. Warte mal. Ich will die Spezialfähigkeiten eigentlich mal benutzen. Das sah nämlich richtig geil aus, wenn man die benutzt. Moment, wir wechseln nochmal eben durch. Da macht er große Augen bei dem Spiel. Da macht er große Augen. Jetzt will ich das Abenteuer bestehen. Jetzt will ich unbedingt das Abenteuer bestehen. Komm. 1, 6. Komm, das schaffen wir doch, ey. Es gibt so... Ich will den Zauberstab haben. Das kann nicht so schwierig sein. Jetzt haben wir echt ein gutes Team. Eben hatten wir nur den Schleim. Ey, ganz ehrlich, mit dem Schleim, da kriegst du auch nicht viel hin. Und jetzt haben wir uns weiterentwickelt... Oh, Spezial. Jetzt kriege ich jetzt, jetzt. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund, Freunde. Jetzt geht's so richtig. Jetzt, jetzt ist so richtig hier... Jetzt ist so richtig hier alles am... Jetzt ist hier alles am Köcheln. Jetzt gibt's aber einen. Komm. Da noch, da noch, komm. Die Fähigkeit noch... Ich könnte auch Auto benutzen. Dann kämpfen die automatisch und setzen die Fähigkeit automatisch. Oh, jetzt haben wir's. So, jetzt kommt Auto. Jetzt schaffen wir's. Eben haben wir gefehlt. Jetzt schaffen wir's. Jetzt gewinnen wir. Sehr schön, sehr schön. Und ob es noch eine zweite Folge gibt hiervon, das liegt natürlich auch an euch. Das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr noch eine zweite Folge hiervon sehen wollt oder nicht. Ich bin, wie gesagt, flexibel. Wir sind hier kein Only-Channel von irgendwelchen Spielen. Wir können immer mal wieder einen Test mit reindreschen. Und jetzt... Moment, 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 Moment. Gegenstände. Ah. Hier. Aber wem geben wir das denn jetzt mal? Wolfslederweste. Ich würde mal gerne wissen, wie man das richtig... Ah, warte mal. Ich bin auch blöd. Ich bin auch so blöd. Es ist eigentlich selbsterklärend. Ich hab's trotzdem nicht gerafft. So, das ist jetzt unsere... Das ist Zauberritter. So. Rüstung. Können wir jetzt benutzen. Wir nehmen das jetzt hier. Den Abenteurer-Mantel. Ausrüsten. Zack. Ausgerüstet. So. Sie jetzt. Rüstung. Wolfslederweste. Ausrüsten. Zack. Er jetzt... Sie jetzt hier. So. Zack. Zack. Ausrüsten. Fertig. Alles angelegt. Trank. Erholungstrank. Können wir auch benutzen. Nochmal benutzen. Okay. Und wir auch. Was haben wir jetzt hier noch? Funken-Schlafstein. Grundmaterial für die Fertigung. Okay. Cool. Das ist auch nicht schlecht. Und was haben wir sonst noch? Quest. Kann ich das jetzt endlich mal machen? Nein, kann ich nicht. Ah, hier. Das hier können wir machen. Den können wir auch nicht machen. Wir müssen uns doch in ein Abenteuer stürzen. Hier ist übrigens der Beschützerbaum. Da kriegt man immer mal wieder Gold. Ey, wir haben so viel Gold. Ah, hier war das Ziehung. Ha. Siehste? Da kriege ich doch alles wieder raus. Da kriege ich doch wieder alles raus. Ja, wir möchten das nicht kaufen. Wir möchten aber... Oh, wir können das... Wir können hier den... Wir können das Gold-Ding kaufen. Oh, ne. Wir machen für 800.000. Wir machen für 800.000. Oh, da muss jetzt was... Oh, da muss jetzt was richtig... Oh, da muss jetzt was richtig Gutes bei rauskommen jetzt. Da muss jetzt was richtig Gutes bei rauskommen. Oh. Okay. Kleiner Gon. Der wird jetzt einige ziehen, glaube ich. Ich glaube, der zieht jetzt einige. Scharfer, rachsichtiger... Scharfer, rachsichtiger Krieger. Alles klar. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Was haben wir noch? Nochmal den. Ach komm, jetzt gib mir noch einen guten. Gib mir noch einen Rare. Komm. Gib mir noch einen Rare. Gib mir noch einen Rare. Wieder. Ich habe echt keine Ahnung, wie viele der jetzt hier zieht. Okay, grüner Pilz. Wir haben jetzt gleich auf jeden Fall richtig viele Sachen, um schon mal, ja, ein bisschen weiter noch vorzugehen in einem Abenteuer, denke ich mal, weil wir eben mit dem Schleim, der ist so standardmäßig. Grüner Goblin, alles klar. Ja, wir gucken mal. Wir ziehen mal... Oh, jetzt, 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 komm. Oh. Da haben wir noch mal einen. Drei Sterne Rare, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nicht, dass mir der... Oh, okay. Nicht, dass mir der Kaffee noch vor Schreck im Hals stecken bleibt, aber wir haben jetzt wirklich einige schon gezogen. Das sieht ganz gut aus. Oh, der, sehr gut. Rare, drei Sterne. Ey, wir können gleich richtig rasieren. Wir können gleich so richtig rasieren, ich sag's euch. Wir können gleich richtig rasieren. Oh, geil, dunkle Apostel. Sehr gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Wir haben jetzt zwar nicht mehr so viel Gold, aber... Oh, die Helden. Eieiei, wir lassen wir mal aufpassen. Pass mal auf, pass mal auf jetzt. Pass mal auf jetzt. Wir gehen jetzt ins Abenteuer. So, eingeben. So. Jetzt machen wir nämlich Team. Oh, da sind sie alle. Da sind sie alle da. Da sind sie alle da. Okay, 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 okay. Wir machen das jetzt mal wie folgt. Raus, 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 raus. Und jetzt kommt's. Packen wir rein? Packen wir... Na, warte mal. Packen wir rein? Wo war denn der Rare? Wo war denn... Wo waren denn hier die Guten? Wo waren denn hier die Guten? Moment, Moment, Moment. Ork-Kriege hatten wir doch noch. Level 1, Level 1, Level 1. Rein. 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 Oh, würde ich mal sagen. Also jetzt hiermit muss es... Also es muss eigentlich klappen. Es muss eigentlich... Wir müssen sie eigentlich vernichten. Wir müssen sie eigentlich so richtig vernichten. Das muss doch eigentlich klappen. Deswegen auch mal die Herzen jetzt rein. So. Oh, schnell, 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 Auto. Ich hab Auto noch drin. Ich hab Auto noch drin. Gut. Das muss jetzt echt machen. Also es muss jetzt reichen. Ohne Witz. Ey, wir haben so viele gerade gezogen. Oh, der Pilz. Wie geil. Oh, der Pilz ist tot. Der Pilz ist tot. Aber wir haben... Dreimal Level ab. Der Einzige der tot ist, ist der Pilz. Sehr special. Jetzt special. Jetzt hauen wir sie. Jetzt hauen wir sie rein. Komm. Sieht cool. Oh, wie geil das aussieht. Nicht schlecht. Grafisch muss man sagen. Macht das auf jeden Fall schon was her. Aha. Wer hat's gesagt? Wir haben's geschafft. Wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Wir haben's geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du kannst unbenutzte Helden für Essenzfragmente verwenden. Lass uns versuchen, einige Essenz... Okay, wir sind immer noch ein... Das ist immer noch ein Stück Tutorial, obwohl ich schon so viel gespielt habe. Nein. Ich will ihn nicht. Ja, komm. Wir extrahieren ihn mal. Oh, okay. Extraktionsergebnisse. Ja. Da haben wir wohl noch einen Extrau hier zum Ende. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war Folge 1 schon mal von Grandchase M. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ob es eine zweite Folge gibt, das entscheidet ihr. Wirklich die Bitte, bewertet das Spiel in dem App Store von Google und von iOS. Download-Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Fügt ihn mal als Freund hinzu. Mein Name steht hier oben links. Gebt den Bonus-Code ein und ja, dann bis demnächst. Macht's gut. Danke schön fürs Zuschauen. Tschüss.